Musik Ja und damit, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Türching. Diesmal geht es um dieses sympathische Tier, das ist die Gams oder Gämse. Je nachdem, wie man sie dann nennen möchte. Ich bevorzuge die Bezeichnung Gams. Ich glaube, Gämse ist die Jägersprachenvariante. Die Aufnahmen hier sind aus dem Tierpark von Karlsruhe, Oberwald heißt er, glaube ich. Und ja, wildlebende Gämse habe ich zwar auch mal ein paar Mal gesehen, habe aber nie die Kamera mitgeschleppt, die das dicke, fette Rohr drauf hat. Und daher habe ich da keine besseren Aufnahmen von der wildlebenden Gams. Da müssen wir jetzt also mitleben, dass wir hier nur diese Exemplare kriegen. Ja, die Gams, die gehört zu den Ziegenartigen, beziehungsweise zu den Hornträgern wäre jetzt die große Familie. Zu den Hornträgern gehört halt eben zum Beispiel auch der Steinbock oder halt eben sämtliche Formen von Zucht- und Kulturziegen, die wir als Menschen eben nutzen, als Haustier sozusagen. Hornträger bedeutet, anders als bei den Geweihträgern, wie zum Beispiel das Reh, das Rentier, der Hirsch oder auch der Elch meinetwegen, dass das Horn nur jedes Jahr ein Stückchen größer wird, ein ganz kleines Stückchen. Die haben so eine Art Jahrring unten am Hornansatz. Ich habe da leider kein Bild zugefunden, das ich juristisch gesehen verwenden dürfte, wo man das schön sieht. Und das Horn wächst von unten, also aus der Stirn raus, pro Jahr ein winziges Stück, so was, so 2-3 Millimeter. Kann man bei diesem jungen Tier leider noch nicht so wirklich erkennen, weil es halt noch zu jung ist. Aber so 2-3 Millimeter einfach in die Länge. Und wenn sie dann ein gewisses Alter erreicht haben, bildet sich diese typische Krucke heraus, also dass das Horn nach hinten eben so eine Kurve macht und dann eben diesen Haken sozusagen da ausbildet. Und je nachdem, wie lang das Horn ist, kann man auch wunderbar das Alter des Tieres zählen. Kommt man also nah genug dran und kriegt das Sinn, entweder per tolle Kamera ein entsprechendes Bild zu machen oder dann halt später am betäubten Tier oder schlimmstenfalls am toten Tier. Je nachdem kann man dann wunderbare Altersschätzungen unternehmen, weil sie wirklich jedes Jahr noch ein Stückchen Horn obendrauf kriegen. Bis auf eben das Initialhorn, das schon in sehr jungen Jahren entsteht. Also das, was wir da gerade gesehen haben, ohne dass die eigentliche Krümmung schon da wäre. Ja, als Ziege ist das durchaus eine alte Tiergruppe, beziehungsweise als Ziegenartige. Der Gams ist keine Ziege streng genommen, gehört aber halt zusammen mit den Ziegen eben in diese Hornträgergruppe. Und das ist ein evolutionär gesehen, sehr fortschrittliches Tier, muss man sagen. Man hat die wahrscheinlich gar nicht groß auf dem Schirm als besonders wichtiges Wildtier. Sie war aber mal deutlich weiter verbreitet, als sie es heute noch ist. Wir haben Gamsvorkommen vor allen Dingen im Alpenraum, also jetzt noch in Deutschland, also weltweit, beziehungsweise europaweit vor allen Dingen auch Alpenraum, aber dann auch noch in ein paar anderen Gebirgen weiter Richtung Osten kommt sie durchaus vor. Ich meine, sie käme auch noch ein bisschen, oder zumindest kam ursprünglich auch noch mal in den Pyrenäen vor. Weiß ich gerade gar nicht, ob es die momentan da gerade noch gibt. Egal. Jedenfalls in Deutschland vor allen Dingen Alpenraum. Es gibt vorgelagerte Populationen im Schwarzwald, im Südschwarzwald, also Hochschwarzwald. Und in ein paar anderen Mittelgebirgen gab es zumindest mal noch die Gams. Aber bevor sie von uns Menschen einfach durch Lebensraumkonkurrenz, kein Platz und so weiter und so fort, zurückgedrängt wurde, gab es sie wahrscheinlich in fast jedem Mittelgebirge Deutschlands, wo man auch nur ansatzweise hin und wieder mal ein paar freiliegende Felsen finden kann. Weil freiliegende Felsen, das brauchst du, das ist so die Lebensgrundlage, beziehungsweise ihre Verteidigungsstrategie. Wenn irgendein Feind daherkommt, dann wird geflüchtet und zwar in eine felsige Landschaft. Die haben hier auch in ihrem Gehege immer mal wieder so kleine Felsformationchen, die werden wir noch sehen, wo sie dann theoretisch eben auch mal hinflüchten können, wenn sie da Lust zu haben. Das könnte man vielleicht noch etwas mehr ausbauen. Das ist also nicht das allerbeste Gehege. Es ist aber auch bei weitem keine Katastrophe, befindet sich so irgendwo im Mittelmaß. Wie dem auch sei, jedenfalls in diese Felslandschaften wird reingeflüchtet und ein möglicher Feind, der bei weitem nicht so gut klettern kann, wie das bei der Gams der Fall ist, kommt da einfach nicht hinterher und dann ist sie einem möglichen Feind entkommen. Ja, und dass sie so gut klettern kann, den werden wir nachher sicher auch noch irgendwo sehen, liegt am hervorragenden Huf. Also es ist ein Paarhufer, bedeutet sie hat zwei Zehen im Grunde, jeweils mit einer Schale. Das heißt, sie gehört zum Schalenwild, also auch nochmal aus der Jägersprache, das Entliehen. Und diese beiden Zehen, beziehungsweise beiden Hufe, die sie eben hat, die sind weit spreizbar, hochflexibel, können den Winkel, in dem sie auf den Fels aufgesetzt werden, stark variieren, sind im Inneren leicht hohl, im Prinzip werden Dreckingstock besitzt. Und das sind ja häufig so kleine eingebuchtete Tellerchen sozusagen, die Spitzen des Dreckingstocks. Dieses Design einer Dreckingstockspitze, die nirgendwo abrutschen soll, auch nicht auf Fels, das ist quasi genau das, wie so ein Gams-Huf von unten aussieht. Also ein perfekt sich an jedes Gelände anpassendes, super Spezialschuhwerk, wenn man so möchte. Für ihre Große hat sie auch vergleichsweise große Hufe, das ist ja ein kleines Tierchen. Übrigens so eine Gams, die wiegt Weiblein, geht so bei 30 Kilo los, Männlein hört bei 50 Kilo auf und irgendwo so dazwischen bewegen wir uns. Größe, das seht ihr hier selber, die werden mal knapp 1,20 Meter vielleicht lang, Kopf bis Schwanz und haben dann so eine Höhe von vielleicht mal 70, mal ganz krassen Fall, mal 80 Zentimeter. Aber das kann man hier auch, glaube ich, ganz gut einschätzen, wie groß so eine Gams ist. Ja, und durch eben diese Kletterfähigkeit, beziehungsweise diesen hervorragenden Huf, kann man jetzt vermuten und ihr entsprechendes Fluchtverhalten, dass sie eben auf Gebirgstandorte, sorry für die Shakey Camp, spezialisiert ist und genau da vorkommt. Und zwar etwas weiter unten im Gebirge als der Steinbock. Sie ist damit also so ein bisschen das Bindeglied in der Verbreitung der verschiedenen grasfressenden, beziehungsweise grünzeugfressenden großen Tiere, die wir in Mitteleuropa haben. Das Bindeglied zwischen ganz oben den Steinbock, dann die Gams und dann auch schon wieder das Reh, beziehungsweise das Rotwild, das so mehr oder weniger mit Reh und aber auch ein Stück weit in den Gamslebensraum rein, da irgendwo sein natürliches Verbreitungsgebiet hat. Und das sind ja auch schon die im Wesentlichen Großtiere, die wir überhaupt noch haben, die nie ausgestorben sind quasi aus Mitteleuropa und Pflanzenfresser sind, wohlgemerkt. Und der Steinbock, der geht halt wirklich in die rauesten Ecken und ernährt sich auch wirklich vom kargesten Krempel und ist ein typischer Raufutterfresser, wie viele Kulturziegen, die wir dann später züchterisch auch hervorgebracht haben. Bedeutet, denen kannst du wirklich jeden Scheiß, egal wie mager, egal wie trocken das Gras, egal wie dornig der Busch, die Ziege frisst es, naja, oder zumindest versucht sie es. Ja, und das ist vom Steinbock sozusagen abgeleitet, während die Gams eben diese enorme Zentrierung auf minderwertiges Futter, das kein anderer haben möchte, noch nicht hat. Sie ist aber auch nicht das Reh. Das Reh ist ja von der Futterverwertung da einzuordnen, dass sich das Reh immer nur die Leckerbissen aussucht. Das möchte also nicht die trockenen Grashalme haben, sondern die sassprigen Knospen, die knusprigen Gräser, die Blüten und was weiß ich. Also wirklich immer die besten Pflanzenteile, die man überhaupt nur finden kann. Zum Beispiel vor allen Dingen auch die Knospen von jungen Bäumen. Das ist genau das, worauf sich das Reh konzentriert. Da spricht man auch vom Konzentratselektierer, wenn sie genau versuchen, an so ein Futter ranzukommen. Und die Gams macht das auch, so zu etwa 30 Prozent, nimmt aber zu 70 Prozent dann eben stinknormales Gras von der Weide sozusagen. Also sie ist zu 70 Prozent eine Kuh und zu 30 Prozent eine Reh, wenn man das mal ganz, ganz lapidar sagen darf. Und zusätzlich mit Klettervermögen ausgestattet und eben mit einer cleveren Strategie zum Energiesparen, dass man eben nicht als Bock jedes Jahr sein komplettes Horn wieder runterschmeißen muss, um sich ein neues wachsen zu lassen. Das ist zwar irgendwo beeindruckend, dass die ganzen Geweihträger, die das Ding also jährlich abschmeißen, das hinkriegen, sich jährlich ein neues Geweih wachsen zu lassen. Es ist aber halt auch ein Stück weit Ressourcenverschwendung und zum Frauen beeindrucken macht man natürlich jede Menge Mist. Das ist in der Tierwelt genauso wie bei uns. Das ist allerdings bei der Gams eben nicht ganz so ausgeprägt, die ist ein bisschen intelligenter, so evolutionär gesehen. Und trotzdem muss man sagen, haben die Böcke durch ihr Brunftverhalten, durch ihr ja auch ein Stück weit Rumbrüllen und imponierend rumstehen und in die Landschaft blicken und präsentieren, wie hübsch die doch sind, haben sie trotzdem eine geringere Lebenserwartung, und eine erheblich geringere Lebenserwartung als weibliche Tiere. Die Lebenserwartung ist nämlich sehr hoch bei der Gams, wirklich bemerkenswert hoch. Weiblein können 33 Jahre alt werden, in ganz, ganz seltenen Fällen. Das ist wirklich bemerkenswert für ein doch so eher kleines, schiegenartiges Tierchen. Und die Männlein allerhöchstens mal so 16, 17 sowas um den Dreh, zumindest in freier Wildbahn, weil sie dann halt irgendwann durch ihr Ganzes angeben müssen, durch ihr Rumspringen und sich Verfolgungsjagden mit anderen männlichen Tieren liefern, um eben klarzustellen, wer denn jetzt nur die ganzen Weiblein haben darf und so weiter und so weiter. Das kostet so viel Energie und so viel Kraft und vor allen Dingen, da die Brunft im Herbst erfolgt, wo normalerweise eigentlich jede Menge Futterreserven für den Winter angefressen werden sollten, kostet das so viel Energie, dass die eben die Männchen im Verhältnis 2 zu 1 wegsterben, beziehungsweise eine wild lebende Gamspopulation, eine etablierte, hat zweimal so viele weibliche Tiere wie männliche Tiere, was nicht daran liegt, dass weniger männliche Tiere geboren werden, sondern dass die einfach viel schneller wegsterben, weil sie halt aufgrund von Testosteron dumme Entscheidungen treffen. Dumme Entscheidungen in Anführungszeichen. Andererseits möchte man scheinbar den wagemutigsten und besten Gamsbock dann aber auch eben als Vater für die nächste Generation haben, was dann wiederum das scheinbar absurd umführt. Aber so ist die Natur, so funktioniert das bei der Gams und das ist dann auch normal, beziehungsweise so gewollt. So, das sind so ein paar allgemeine, spontane Dinge, die ich zur Gams zu erzählen hatte. Jetzt gehen wir noch ein bisschen systematischer vor und die einzelnen Eigenschaften von dem Tier noch mal ein bisschen durch. Ja, wenn sich die Gams aussuchen kann zum Thema Lebensraum, dann kommt sie eben in lichten Waldgebieten vor. Licht bedeutet immer mal wieder eine kleine Lichtung dazwischen plus vereinzelte Feldstandorte, vereinzelte Klippen, vereinzelte Steilwände, wo sie dann eben mit ihrer Kletterfähigkeit, wie gesagt, dem Feind entkommen kann. Aber sie hätte als Lieblings, Entschuldigung, als Lieblingslebensraum wirklich gerne eine Waldlandschaft mit gewissen Offenland-Elementen. Also das Typische, was man sich unter einer Almlandschaft vorstellt, bei uns in den Alpen, im Randbereich zum Wald. Also die komplette freie Offenlandfläche einer Kuhweide, Alm, das wäre dann wieder zu viel. Und genau dieser Randbereich, wo der Übergang Alm-Wald stattfindet, da würde sich die Gams perfekterweise wohlfühlen. Der zweite mögliche Lebensraum, wenn man sie dann da sein lässt und der Mensch nichts anderes dazu vorgesehen hat, ist dann typischerweise Schluchtwälder. Also enge, steine Schluchten mit viel Fels und unten am Boden der Schlucht saftige Wälder, die deswegen gut wachsen, weil, nicht weil da viel Licht hinkommt, aber weil da viel Wasser hinkommt, dass sich das Wasser natürlich unten in der Schlucht immer sammelt und damit mit viel Vegetation, auch mit viel Bodenbewuchs, Fahne zum Beispiel zu rechnen ist. Fahne ist eine der Lieblingsspeisen von der Gams. Der ist genau richtig, der enthält nicht wirklich viele Nährstoffe, ist aber auch nicht das allerkargste Futter und ist damit genau in dem Spektrum, was kaum wer anders im großen Stil sucht, die Gams aber schon. Und das macht sie dann zum Beispiel in solchen Schluchtwäldern besonders gerne und würde da normalerweise sehr, sehr gerne vorkommen. Übrigens von der Höhenverbreitung her, die Gams kann auch, wenn da nicht eben der Steinbock schon wäre, dadurch, dass der Steinbock den Platz weiter oben im Gebirge besetzt, geht die Gams da nur ein Stück weit hoch und nie bis ganz nach oben. Sie könnte aber schon, das kann man nämlich nachweisen, sie hat einen hohen Anteil roter Blutkörperchen im Blut, kann also in hohe Höhen hochsteigen, ohne Höhenkrankheit zu bekommen. Sie ist quasi ein Sherpa, wenn man so möchte, von der Physiologie her ist. Also auf das Leben in hoher Meereshöhe durchaus angepasst. So, was macht so eine Gams den ganzen Tag? Also die weiblichen Tiere leben schon in Gruppen zusammen, also in Rudeln mit sehr variabler Größe, so was um die 10 bis 20 Tiere ist, denke ich, irgendwo im realistischen Bereich, kann auch ein bisschen abweichen. Und diese Rudel bestehen weitestgehend aus Müttern, ihrem jeweiligen Kind, bis sie das nächste Kind bekommen. Das heißt, sie kümmern sich um den Nachwuchs, das sind meistens Einzelkinder, ganz selten mal Zwillingsgeburten, kümmern sie sich exakt so lange, bis kurz davor, bis die Wehen einsetzen für das nächste Kind. Also sie werden schwanger, kümmern sich weiterhin noch um den Nachwuchs und wenn die Schwangerschaft sich dem Ende hingegen neigt, dann gibt es eine aggressive Handlung gegenüber dem aktuellen Nachwuchs, der sich gefälligst verziehen soll, weil der neue Nachwuchs im Anmarsch ist und dann wird durchgetauscht sozusagen. Dabei hat so eine GAMS vier Zitzen, was für ein Einzelkind dann durchaus auch vollkommen ausreichend ist. Selten mal bei zwei, da muss sie sich dann gerade schon bemühen, dass sie genügend Milch produzieren kann, um zwei Jungtiere durchzubekommen. Aber gerade dadurch, dass sie eben immer nur einen Nachkommen haben, gilt die GAMS als klarer K-Stratege. Das bedeutet für geringe Reproduktionsrate, dafür hohe Überlebenschance der Nachkommen. Um die wird sich also gut gekümmert. Die Geist bringt ihren Nachkommen also alles bei, was die so wissen müssen und um klarzukommen draußen. Und man kann dann die jungen Gämse auch wunderbar dabei beobachten, wie sie insbesondere männliche, wie weibliche Tiere, aber die männlichen vielleicht ein bisschen mehr, wunderbar am Spielen sind, solange sie noch jung sind. Und da gibt es wundervolle Aufnahmen, zum Beispiel, ich habe die jetzt nicht und auch nicht die Rechte dran, von jungen Gämsen, die sich auf die Hinterbeine hocken, um so ein Schneefeld runter zu rutschen. Also die fahren Schlitten auf gut Deutsch. Also genau das, was wir auch machen können und haben da Mordspaß dran. Oder sie legen sich einfach auf die Seite und rutschen so ein Schneefeld runter. Also da gibt es die tollsten Aufnahmen, dass die einfach spielerisch die Fortbewegung in ihrem ihnen anvertrauten Gelände sozusagen erlernen. Es ist daher auch relativ selten, dass es zu Fallwild kommt. Relativ selten. Fallwild ist ja, wenn ein Steinbock zum Beispiel sich überschätzt und irgendwo hinspringt, wo er dann halt doch keinen Halt mehr findet und dann halt runterfällt, ohne dass da irgendjemand was dafür kann. Also einfach schlichte Unfälle sozusagen, die dann zu toten Tieren führen. Das gibt es bei der Gams natürlich auch, aber vergleichsweise wenig, wenn man bedenkt, dass sie doch durchaus in gefährlichem Gelände unterwegs ist. Naja, jedenfalls Mutter mit Jungtier, Kalb, die werden jetzt zurückkehren zum Weibleinrudel und mit den anderen weiblichen Tieren unterwegs sein. Das Rudel bietet natürlich Schutz, weil irgendwer entdeckt den Feind immer, gibt dann einen lustigen Pfeiflaut von sich. Ich habe da leider auch keine Audio-Datei dazu über die Pfeifen. Einen ganz lustigen Pfeiflaut, wenn man in den Alpen unterwegs ist und hört es in der Ferne pfeifen. Das ist kein Wanderer, das ist eine Gams, die euch gerade bemerkt hat und jetzt wahrscheinlich zusammen mit ihrer Gruppe Reis ausnimmt, um da keinen näheren Kontakt zu den lieben Touristen haben zu müssen. Und dass irgendjemand in der Gruppe halt den Feind entdeckt, ist in der Gruppe wahrscheinlicher, als wenn man einzeln auf der Wiese steht, nur mit dem eigenen Nachwuchs und den Kopf in die Vegetation steckt, um da halt gerade eben was zu kauen. Und das ist einer der Hauptgründe für die Gruppe. Ansonsten merkt man recht wenig soziale Interaktion zwischen den Tieren. Ihnen scheint es auch ziemlich egal zu sein, mit wem sie ihre Zeit verbringen. Also die gehen wenig Freundschaften ein. Es ist mehr so, scheint zumindest so, als wäre das eher eine Zweckgemeinschaft und die einzige soziale Beziehung wirklich mit Liebe und Austausch von Zärtlichkeiten und solchen Sachen gibt es zwischen Mutter und Kind. Und das war es dann aber auch. Sollte sich übrigens bei dem verstoßenen Kind, bis das nächste Kind kommt oder kurz bevor das nächste Kind kommt, um ein Männlein gehandelt haben, dann wird dieses Abwandern ein Stück weit und zusammen mit anderen Junggesellen, Jungböcken, ein Bockrudel, also so eine Art YMCA eben aufmachen und da im lockeren Verband auch wieder auf den genannten Vorteilen, dass man sich gegenseitig warnen kann, wenn der Verein kommt, so lange zusammenleben, bis man eben geschlechtsreif geworden ist, ist man geschlechtsreif, wird man zum Einzelgänger. Das ist bei denen so. Und versucht dann jeweils in der Paarungszeit, ein Weibleinrudel für sich zu gewinnen, indem man den jeweiligen Platzbock, der da gerade das Sagen hat, herausfordert und üblicherweise läuft das auf Drohgebärden hinaus. Die stapfen mit den Vorderpfoten, Vorderbeinen natürlich, Vorderhufen, kräftig auf den Boden und machen so ein paar Luftsprüngchen, schlimmstenfalls. Und normalerweise reicht das auch, dass dann der Junge, der Jungspund, der es mal versuchen wollte, auch schon wieder in Zweite getrieben wird. Außerdem, da die ganz eine vergleichsweise hohe Lebenserwartung hat, kann es sein, dass es vier Jahre dauert, bis die überhaupt mal geschlechtsreif ist. Das ist auch verdammt lange für so ein eher kleines Säugetier und spricht auch wieder für diese K-Strategie. Lange Lebenserwartung, geringe Anzahl der Nachkommen, hohe Chance, dass die Nachkommen dann durchkommen und man nimmt sich Zeit zur Reproduktion sozusagen. Nicht möglichst viele Nachkommen haben, irgendwer wird es schon schaffen, sondern gut ausgebildete Einzelnachkommen. Ja, und das ist im Wesentlichen das, was die so im Laufe ihres Lebens tun. Die älteren Tiere warten eben drauf, dass der Bock, die Böcke sich dafür entschieden haben, wer jetzt nun das Sagen hat und der darf dann zur Paarung kommen. Dann wird die Paarung vollzogen, dann gibt es wieder Nachwuchs und so gehen die Jahre dahin und wie gesagt, bei den weiblichen Tieren bemerkenswert viele Jahre. Hier kann man übrigens die Hufe nochmal schön sehen, nur damit ich es nochmal kurz erwähnt habe, nochmal nebenbei. Ja, das ist so das Wesentliche, was die so treiben. Nahrungsaufnahme findet relativ gleichmäßig über den Tag verteilt statt. Die sind tagaktiv, selten mal noch in leichter Dämmerung unterwegs. Nachts machen sie nicht mehr viel. Das wird dann einfach zur Fortbewegung im schwierigen Gelände wahrscheinlich zu gefährlich. Außerdem kommt erschwerend dazu, dass die Gams hervorragend sehen kann, auch wieder eher ungewöhnlich verschalen wild, dass der Gesichtssinn, also gucken, stark ausgebildet ist und wesentlich zur Feindvermeidung beiträgt. Vermutlich ist das eine Anpassung an zumindest die immer noch früher eine größere Rolle spielende Prädation durch den Steinadler, weil der ist durchaus groß genug, um zumindest ein Kalb zu reißen und da das die weiblichen Tiere ja nicht wollen, dass ihnen der Nachwuchs weggeschnappt wird, müssen sie halt immer schön den Himmel beobachten. Ob da nicht möglicherweise der Steinadler daher geflogen kommt, um sich eben ein Kalb zu schnappen. Übrigens, auch der Uhu wäre durchaus in der Lage, sich ein Gamskalb zu schnappen und das soll auch schon ein paar Mal vorgekommen sein. Also, dass man es nachweisen kann. Definitiv, wie oft das dann in Wirklichkeit passiert, da haben wir leider keine Daten zu. Vielleicht zur Fortbewegung nochmal ganz spannend. Gämsen leben in relativ kleinen Gebieten und sind standorttreu. Das heißt, die gehen da, wenn sie da einmal etabliert sind, auch nicht mehr raus. Nur Jungtiere wandern ab. Das durchaus im großen Umfang. Die Männlein meistens, die Weiblein deutlich seltener, aber passieren tut es bei beiden Geschlechtern. Und wer nicht abwandern muss, weil er halt da ein Plätzchen schon gefunden hat, wo er jetzt gerade ist, der bleibt da sein Leben lang. Und das sind dann selten mal Reviere, die nennenswert größer sind als 350 Hektar für ein ganzes Gamsrudel, ist das bemerkenswert klein. Das hängt natürlich ein bisschen mit der Nahrungsverfügbarkeit zusammen. Finden sie besonders viel Nahrung, dann ist es auch deutlich kleiner als 350 Hektar. Finden sie sehr wenig Nahrung, dann können es vielleicht auch mal im Extremfall 400 Hektar sein, aber viel größer wird so ein Gamslebensraum nicht. beziehungsweise die Gruppe wird nicht größer, weil sonst müsste ihr Revier auch größer werden. Und dadurch wird einfach der Nahrungsbedarf für die Gruppe so klein gehalten, dadurch, dass die Gruppe klein bleibt, durch Abwanderung sozusagen, dass ein größeres Revier einfach nie notwendig ist. Das ist ganz praktisch. Dadurch haben sie also automatisch einen Schutz in gewisser Weise davor, sich ihre eigenen Ressourcen wegzufressen. Das könnte Homo sapiens auch mal gebrauchen. Apropos Ressourcen wegfressen. Noch ein Punkt, wo man wirklich merken kann, dass die Gams evolutionär ein sehr fortschrittliches Tier ist, sozusagen. Sie hat, anders als das zum Beispiel beim Reh oder beim Hirsch der Fall ist, sehr lange Zähne. Nicht, dass die lang aus dem Kiefer herausragen, aber im Kiefer drin steckt noch ein langer Stift von Zahn. Ich blende euch dazu mal den Schädel ein. Sekunde. Ja, kann man hier schön sehen. Die Zähne sind also, wie gesagt, relativ lang. Sieht gar nicht wie ein Wiederkäuergebiss aus. Die Gams ist auch ein Wiederkäuer und hat einen Pansen. Bedeutet, zur Zersetzung ihrer zellulosehaltigen Nahrung sind spezielle Bakterien im Pansen vonnöten. Das ist das, was man von der Kuh kennt. Das Vier-Magen-System mit Netzmagen, Labmagen, Blättermagen und Pansen. Ich glaube, so heißen die jeweils. Die Reihenfolge stimmt nicht unbedingt. Und das hat eine Gams genauso, aber sehr hoch entwickelt, sehr spezialisiert. Und eben eine dieser wirklich Hightech-Lösungen ist dieser nachwachsende Zahn, wodurch überhaupt die hohe Lebenserwartung der Gams überhaupt möglich wird. Also nachwachsend ist das falsche Wort. Der Zahn, das sieht man hier nicht, weil das ein Schädel ist. Da fehlt ja sämtliches Zahnfleisch und so weiter und so fort. Der steckt normalerweise deutlich tiefer im Kiefer. und die Zähne ragen auch nicht so weit, der Ober nicht so weit über den Unterkiefer hinaus, sondern das ist ein bisschen weiter auseinander, wenn da noch eben Fleisch drumherum wäre. Und dann sorgt die Tatsache, dass da noch jede Menge Zahn weiter hinten, weiter drinnen im Kiefer steckt, dafür, dass wenn die Zähne im Lauf des Alters des Tieres, wenn das kaut und kaut und kaut, irgendwann abgenutzt sind. Mit dem Alter rutschen die Zähne dann weiter nach außen, beziehungsweise dieser Stift, der da noch im Kieferknochen steckt, rutscht weiter runter sozusagen. Der Zahn sieht so aus, als würde er nachwachsen, auf wenn streng genommen kein Nachwachsen ist, sondern nur ein Rausgeschoben werden. Also da wird ja keine neue Zahnknochenstruktur gebildet, aber das ermöglicht also der Gams auch wirklich alt zu werden, ohne an Zahnabnutzung zu sterben. Darauf möchte ich hinaus. Das ist also eine ganz häufige Todesursache bei einem alten Reh. Das kann organisch noch super fit sein, aber es kann irgendwann nichts mehr fressen, weil es nur noch Zahnstummel hat, weil es im Lauf der Zeit einfach seine Zähne so sehr abgenutzt hat, dass nichts mehr gekaut werden kann. Und einen Zahnarzt gibt es ja bekanntermaßen nicht mit Zahnersatz für das Reh. Und ja, die Gams evolutionär moderner hat das nicht. Was wir hier übrigens auch wunderbar sehen können, wenn wir uns schon mal den Schädel angucken von einem typischen Schalenwild, dann sehen wir hier auch ganz wunderbar, dass fast alle Schalenwildarten, ich meine eigentlich sogar alle, keine Schneidezähne im Oberkiefer haben. Sie haben hier diesen Abbeißmechanismus, den man hier vorne ganz vorne sehen kann. Zähne im Unterkiefer und oben eine Hornplatte, beziehungsweise da befindet sich schon noch Horn auf dem Knochen drauf, solange das Tier noch lebt. Da drücken sich die Unterkieferzähne jetzt nicht direkt an den Knochen des Oberschädels sozusagen. Das schon nicht. Aber dadurch kann es Dinge zwar wunderbar abreißen, indem es sie mit den Unterzähnen an die Hornplatte drückt, aber es kann nicht wirklich was abschneiden. Und Bisse von Schalenwild sind vergleichsweise relativ harmlos, weil halt eben nur auf einer Seite Zähne da sind, die wirklich Schaden verursachen können. Und diese Hornplatte sozusagen nur als Gegendruckstück dient. Ja, dann kommen lange keine Zähne. Das ist auch typisch für wiederkeuende, beziehungsweise pflanzenfressende Tiere, dass da einfach der Mundraum noch ein bisschen größer ist, beziehungsweise die Gesichtsstruktur insgesamt, der Schädel, länger ist, um mehr Platz für die Nase zu lassen. Eine lange Nase ist aus zweierlei Gründen sinnvoll. Erstens, je länger die Nase, desto mehr Riechzellen finden darin Platz. Das heißt, das Tier riecht umso besser, je länger die Nase im Verhältnis zum Gesamtkörper ist. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo eine Nase so sehr verlängert ist, dass damit nicht unbedingt jetzt ein noch viel krasserer Geruchssinn einhergeht. Beispiel Elefant. Der riecht sehr gut, aber eigentlich müsste man im Verhältnis von Nase zu Rest vom Tier davon ausgehen, dass der dreimal um die Welt riechen könnte. Ja, das kann er jetzt nun auch wieder nicht. Das ist also so ein bisschen ein Ausreißer. Aber für die allermeisten Tiere gilt, je länger die Nase, desto besser riechen sie. Das heißt, wenn man irgendeine Qualzucht von Hunden anguckt, sowas wie ein Mops oder andere, ja, wirklich schlimm, schlimm zugrunde gerichtete Züchtung von ursprünglich mal einem Wolf, da kann man immer wunderbar an der Länge der Nase erkennen, wie scheiße das Leben für dieses Tier sein muss, wenn man bedenkt, was die Natur ursprünglich mal für eine Nase und für ein Riechvermögen da vorgesehen hatte. Also, ich bin leider überhaupt kein Mops-Fan. Ich bin zwar Loriot-Fan, aber in der Sache mit dem Mops hat er leider geehrt. Ein Leben ohne Möpse ist sehr wohl sinnvoll und auch möglich. Egal. Jedenfalls, was wir hier auch noch schön sehen können am Schädel, sind eben die beiden Hörner. Das ist der Knochenteil des Horns, der Knochenansatz sozusagen. Das ist durchblutetes Leben des Knochengewebe, das eben in der Lage ist, jedes Jahr ein neues Stückchen Horn hervorzubringen, das dann eben aus diesem Sockel heraus nach oben wächst und sozusagen den Rest des Horns damit weiter nach oben drückt. Und ja, der älteste Teil des Horns ist dann irgendwann wirklich die Krucke, die vorne abgerundet ist und der Rest wird dann einfach immer nur weiter nachgeschoben durch die neuen Hornjahrringe. Würde sich eine ganz mal irgendwo ein Horn abbrechen, dann wäre es auch im ersten Moment wahrscheinlich mal weg. Meines Wissens wachsen die nicht, zumindest nicht so nach, dass ich da wieder nochmal eine vollständige Krucke herausbilden würde. Ja, übrigens auch auffällig, ja, ich weiß, wenn ich schon mal einen Schädel habe, dann muss ich da auch viel zu referieren. Die sehr große Augenhöhle, das ist jetzt wirklich sehr auffällig und das steht dann auch wieder in direkter Verbindung mit der Tatsache, dass eine Gams sehr, sehr gut sehen kann. Die sieht also deutlich besser als wir und darum muss auch ständig eine Gams immer wache halten und gut gucken und schauen, dass sie uns entdeckt, während das Gehör von Gämsen gar nicht mal so überragend ist. Das ist schon gut, keine Frage, auch besser als das Menschliche, das ist ja auch alles nicht schwer, aber jetzt nichts, wo man jetzt sagen müsste, oder das ist einzigartig im Tierreich. Aber Gesichtssinn, also Gucken gönnen, wie auch der Geruchssinn, sind sehr gut ausgeprägt. Besonders der Gesichtssinn allerdings eben einfach. Ja, Gämse können übrigens den Menschen auf vermutlich 600, 700 Meter problemlos individuell identifizieren. Man hat also auch schon festgestellt, dass Leute, die häufiger bei den Gämsen vorbeilaufen, die Gämse irgendwann nicht mehr stören, läuft dann aber jemand an den Gämsen vorbei, der da noch nie gewesen ist, den sie nicht als Individuum bereits kennen, also sie müssen auch durchaus intelligent sein, die lieben Gämse, dann sind sie sofort wieder weg. Fluchtdistanz liegt so irgendwas bei 400 Metern in Gebieten, wo sie selten gestört werden und bei Leuten, die sie nicht kennen, bis zu 30 Meter, wenn es sich um Leute, die sie kennen, in Gebieten, wo sie häufiger gestört werden, handelt. Also die Gämse gewöhnt sich ein Stück weit an Störungen, ist aber grundsätzlich eigentlich ein sehr scheues Tier. Ja, oh, die Zeit ist ja schon fast rum. Ja, dann gucke ich, dass ich noch ein paar abschließende Worte finde. Ja, die Gämse ist überhaupt nicht bedroht. Es herrscht aber auch keine wirklich krasse Überreproduktion beziehungsweise keine Massenvermehrung oder die unbedingte Notwendigkeit, in riesigen Mengen Gams wegzuschießen in den allermeisten Gebieten. Es gibt ein paar Ausnahmen in den Alpen, wo man tatsächlich ein bisschen lokal zu viele Gämse hat, wo sie etwas intensiver bejagt werden dürften. Ansonsten wäre es im Grunde aus Sicht des Artenschutzes ganz schön, wenn man sich auch wieder in anderen Mittelgebirgen vielleicht mal häufiger begegnen könnte, wo sie theoretisch hingehören könnte und einfach nicht mehr vorkommt, weil es ihr zu störungsreich geworden ist durch den Menschen. Ist es realistisch, dass sich an diesem Zustand was ändert? Na, sicher nicht. Aber bedroht es sie wirklich nicht? Sie zeigt ein ausgesprochenes Wanderverhalten und gerade durch dieses intensive Wandern zwischen den einzelnen Gams-Populationen und auch die Möglichkeit, durchaus Gebiete zu durchqueren, die so überhaupt nicht dem normalen Gams-Lebensraum entsprechen. Ein prominentes Beispiel ist eine Gams, die mal durch einen Arm des Bodensees, ich glaube, der, wie heißt er, der Überlinger See, ja, so heißt er, durchgeschwommen ist und dann von verdutzten Fischern aus dem Bodensee gefischt wurde, kurz vorm Ufer. Sie hätte es bis zum Ufer wahrscheinlich noch geschafft. Sie war dann zwar sichtbar erschöpft, aber sie hätte es geschafft. Und somit ist also wirklich der Gams-Migration nur schwer, in Regel vorzuschieben. Die kommen überall hin und das ist also super für den genetischen Austausch, sodass es auch nirgendwo zu Inzestproblemen führt, was bei Tieren, bei denen sich immer nur das sich eine sich durchsetzende Männchen paaren darf und es dann passieren kann, dass über Jahre hinweg immer derselbe Vater sozusagen in der Landschaft bleibt und dann auch seine eigenen Töchter sozusagen dann irgendwann zur Reproduktion infrage kommen. Das passiert dann auch. Ja, aber das findet deutlich weniger statt bei der Gams als bei anderen Schalenwildarten, weil halt eben der Wandertrieb so stark ausgeprägt ist und sie nur kleinräumig leben und eben dadurch gerne auch mal zwischen den einzelnen Populationen wer anders da durchkommt. Und wir viele Gruppen pro Fläche unterkriegen, weil halt wie gesagt der Platzbedarf ja eher gering. Ja, man könnte jetzt noch viel zu diesem faszinierenden Tier sagen. Ich finde, sie geht viel zu sehr unter innerhalb der Gruppe unserer heimischen Wildtiere. Sie ist wirklich eine der höchstentwickelsten Tigen, die es so gibt. Also wirklich ein herausragend tolles Tier. Sehr anpassungsfähig, sehr, sehr überlebensfähig und sehr hübsch finde ich sie im Übrigen auch. Der schwarze Gesichtstreifen ist Standard. Nur ganz alte Tiere haben den irgendwann nicht mehr. Die machen dann den Gandalf oder ich und sind vollständig weiß, was die Gesichtsbehaarung angeht. Ich habe noch ein paar Jahre. Die Gams möglicherweise auch. Gut, und damit bis morgen. Entschuldigung wegen der Überlänge, aber es ist ein wirklich faszinierendes Tier. Tschüss.